Also, du musst da die drei hellsten Sterne suchen, die das Dreieck bilden. Wieder. Und da ist dann die Milchstraße. Es ist gut, wieder auf der Straße zu sein, findest du nicht? Wie wär's, wenn du mal die oberen Bereiche des fünften Gangs erforschen würdest? Überraschung! Ich dachte, wir feiern eine Party! Ich liege schon am Rand, Sam. Wenn du einen Wunsch im Leben frei hättest, welcher wäre das, dass dieser Urlaub nie enden würde? Kannst du mir sagen, ob es schlimmer geworden ist? Ich möchte gerne eine Rede halten. Ähm, vielleicht, vielleicht übernimmt das Sam für mich. Nein, gar nicht, gar nicht. Nun, wie die meisten von euch wissen, verliere ich langsam die Fähigkeit, mir Sachen zu merken. Und ich wäre definitiv nicht hier, gäbe es nicht diesen Mann neben mir. Ich will in Erinnerung bleiben als der Mensch, der ich war. Und nicht als der, zu dem ich werde. Das ist nicht fair, dir gegenüber. Es geht nicht um fair oder nicht fair, es geht um Liebe. Nein, Sam. Ich will das Ganze mit dir bis zum Ende durchziehen. Wo steckst du? Ein sehr kluger Mann hat mal gesagt, An Wundern herrscht niemals Mann in dieser Welt. Aber an sich wundern können sehr wohl. Das ist nicht wahr. Untertitelung des ZDF, 2020